Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Vielfahrer e-tron, heute ganz spontan von der Ladesäule. Wir haben Pfingstmontag, ich habe das Auto Donnerstag aus der Werkstatt abgeholt. Es ist einiges getauscht worden, da mache ich euch auch noch einzelne Videos zu, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Einen Punkt möchte ich euch aber heute schon zeigen, der betrifft nämlich eines der ausgetauschten Teile. Dazu gehen wir aber runter auf meinen Navi-Bildschirm. Jetzt schauen wir dann also auf mein neu eingebautes MMI-Zentralsteuergerät, 5F nennt sich das, glaube ich. Und er hat jetzt natürlich meine Routen logischerweise noch nicht, die lernt er gerade neu. Heute hat er sich aber eine sehr interessante, nenne ich es mal vorsichtig, Route ausgedacht. Ich bin auf dem Weg von zu Hause im Ruhrgebiet in meine Dienstwohnung in der Nähe von Hamburg. Strecke geht also über die A43, A1 und A7. Jetzt habe ich dann den e-tron Routenplaner gestartet zu Hause. Und da ich relativ langsam unterwegs war, hat er relativ viel Reichweite auch noch angezeigt gehabt. Soweit also alles gut. Er hat mir dann natürlich einen Ladestopp ausgerechnet. Den seht ihr da oben auch, nämlich da, wo DC steht. Da ist der Ladestopp. Jetzt ist allerdings, dass ein, nennen wir es mal vorsichtig, nicht so ganz optimaler Ladestopp. Er will also jetzt, wir kommen von hier unten, hier oben hoch, da so ein Knick fahren, dort laden und dann dort weiterfahren. Aber, und das ist der Witz an der Sache, meine eigentliche Strecke, die A1, geht hier unten lang. Das ist die A1. Und die ist auch nicht gesperrt, da ist nichts kaputt. Die könnte man eigentlich wunderbar fahren. Warum er das nicht tut, fragt mich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht hat er ja, als du losgefahren bist, genau ausgerechnet, dass das dort die einzig passende Lademöglichkeit wäre. Kommt so nicht hin. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade Dammer Berge. Klar, da habe ich relativ früh angehalten. Das mag er vielleicht nicht. Aber, wenn wir hier ein bisschen weiterfahren, dann lesen wir da was von Stur. Und wir lesen hier was von Parkplatz und Essen. Und tanken. Genau, das ist die ENBW Stur, an der wir ja auch schon geladen haben, die ich euch auch schon gezeigt habe, die hier von der A1 ratzfatz erreichbar wäre. Warum er jetzt hier diesen riesen Umweg fahren will, um dort zu laden, wo hier eine Ladestation wäre, will sich mir wirklich nicht erschließen. Und natürlich habe ich, bevor ich dieses Video gemacht habe, auch mit sämtlichen meiner Apps gecheckt, diese Ladestation da, die ist in Ordnung. Die ist vorhanden, die ist anfahrbar, die ist auch funktionsfähig. Zumindest im Berechnen der e-tron Routen hat es also nicht wirklich was gebracht, dass er ein neues Steuergerät bekommen hat. Immerhin, eine Neuerung gibt es, das funktioniert jetzt eigentlich auch bei meinem Auto, nämlich, dass er während des Ladens auch hochrechnet, wie der neue State of Charge am jeweiligen Ziel sein wird. Das hat er früher bei mir ja nie gemacht. Das klappt jetzt. Also er sagt jetzt, dass ich an diesem Lader, wo ich nicht hin will, mit 61 Prozent ankäme. Als ich hier angesteckt habe, war er, ich glaube, bei 28 oder so was. Was heißt das jetzt aber, dieser Schlenker? Ich habe mir das gerade eben auf Google Maps nochmal ausgerechnet und blende euch das ein. Ich hoffe, man kann das sehen. Ansonsten nenne ich euch einfach die Zahlen auch nochmal. Google Maps sagt, ich habe von hier 216 Kilometer. Das kommt ziemlich gut hin. Er hat jetzt noch 244. Wegen dieses Schlenkers, den ich euch da gezeigt habe. Das heißt, er fährt 28 Kilometer Umweg, fast 10 Prozent Akkuladung, je nachdem, was für ein Wetter man hat. Und ich schätze mal, es sind bestimmt 20, 22, 23 Minuten, die man nur für diesen Umweg verschwendet. Und ganz so schlecht war meine Schätzung mit den 20 Minuten gestern Abend gar nicht mal. Ich habe dann die Route neu berechnen lassen und er hat mir 17 Minuten angezeigt. Ich habe mir jetzt bedenkt, dass ich für die 28 Kilometer Umweg auch noch locker 6, 7 Kilowattstunden hätte zusätzlich nachladen müssen. Wäre es wahrscheinlich auf die 20 Minuten hinausgelaufen. Warum aber musste ich überhaupt die Route neu berechnen? Nun, ich wollte einen zweiten Bug nochmal gegenchecken, der leider nicht behoben ist. Hätte mich auch gewundert. Da geht es dann um das Thema, dass er überflüssige Lader nicht löscht. Ich bin natürlich nicht Oldenburger Kreuz dann abgefahren auf die A29, sondern bin weitergefahren und hat irgendwann eine Route errechnet, dann irgendwie über die Dörfer zu diesem Lader, den ich ja gar nicht brauchte. Hat es dann auch selber eingesehen, dass er den eigentlich gar nicht braucht. Denn er hat gesagt, ich habe dann dort noch 71% oder 72%, mit dem ich dann dort ankäme und mit 21% an meinem Ziel, ich muss nicht laden. Hat er auch so völlig richtig gesehen, dass ich nicht laden muss. Dummerweise hat er aber weiterhin diesen Lader dann drin gelassen und ich musste den von Hand löschen, beziehungsweise ich musste von Hand die Route neu berechnen. Das macht er also noch immer nicht. Jetzt bleibt die Aussage, die ich schon mal gemacht habe oder mehrfach gemacht habe. Ja, das Audi Navi, der e-tron Routenplaner, bringt euch auf Langstrecken an ein Ziel. Da gibt es kein Vertun, das tut er. Trotzdem würde ich persönlich oder werde auch auf jeden Fall, wenn ich mir unbekannte Langstrecken fahren muss, immer vorher noch mal per Better Route Planner oder sonstiger App, Rechner, Software, was auch immer, die Route mir vorher anschauen. Und zwar aus zwei Gründen. Den einen habe ich euch ja jetzt eben schon gezeigt. Er fährt völlig sinnlose Umwege, macht Routen, die keinen Sinn ergeben, die euch Zeit kosten ohne Ende, die euch im Grunde auch noch Geld kosten, weil ihr mehr laden müsst, als eigentlich notwendig wäre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dann auch noch mal finanzieller Natur. Ich sitze hier in einem Audi und ich habe die Audi Vielfahrer Ladekarte. Ich habe aber keine Chance, diesem Audi klarzumachen, dass ich die Audi Vielfahrer Ladekarte habe. Nur so am Rande. Bei Mercedes geht sowas selbstverständlich, nur bei Audi natürlich nicht. Was bedeutet diese Audi Vielfahrer Ladekarte? Nun ganz einfach. Ich habe einen Ionity Tarif mit 31 Cent und ich zahle an anderen DC Ladern 49 Cent. Jetzt berechnet mein toller e-tron Routenplaner auf dem Heimweg gern mal, es wird jetzt ein bisschen wärmer, ich habe etwas mehr Reichweite, dass ich nicht da mal berge, sondern Neunkirchen Förden laden soll. Neunkirchen Förden, neuer Ladepark, Anaral-Autohof. Schöne Sache, ich muss mal gucken, mache ich euch noch mal ein extra Video zu. Auch im Grunde besser als die Ionitys, weil da gibt es Wasser für die Sprinkleranlage und man kann die Scheiben putzen, man kann Luftdruck prüfen. Also super Aral, finde ich gut. Aber dort kostet mich halt die Kilowattstunde 49 Cent. 13 Kilometer vorher ist Dammerberge. Da kostet mich die Kilowattstunde 31 Cent. Ich kann aber diesem Verbundmitglied des Ionity-Verbundes Audi nicht sagen, dass er bitte Ionity priorisieren solle. Geht nicht. Mal davon abgesehen, dass eigentlich Plug and Charge bei dem Auto versprochen war, dass ich die Karte eingebe und muss mich um gar nichts mehr kümmern. Aber hey, wir reden von einem Audi. Was wollen wir schon erwarten? Das heißt, mache ich nicht selber eine Planung auf einer mir fremden Strecke. Dann kann es wie auf dieser Strecke passieren, dass ich an einem Ionity vorbeifahre und lade dann einem anderen HPC für 49 Cent. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, hey, du bist hier eine 100.000-Euro-Auto, was jucken die paar Euro? Geld haben kommt von Geld halten. Warum soll ich Geld sinnlos zum Fenster rausschmeißen? Und es ist völlig sinnlos. HPC ist HPC. Der neuen Kirchenförden ist ein bisschen schöner. Ja, okay. Aber warum soll ich dafür mehr Geld ausgeben? Warum unterstützt mich das Auto nicht, bei der Gesellschaft zu laden, wo Audi selber Gesellschafter ist? Das sind wieder so Dinge, die verstehe ich nicht und die schränken für mich schon das Nutzungsvergnügen an dem ganzen System durchaus ein. Das muss ich ganz klar so sagen. Für mich heißt es weiterhin, dass ich mich hinsetze und vor einer Langstrecke auf Strecken, die ich nicht kenne, vorher planen muss. Wie bei einer Zoe vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, muss man das auch bei diesem 100.000-Euro-Audi machen. Nee, finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Aber mal wieder für heute genug gemeckert. Euer Stefan Lenz Und wie geht's?